Ja, es gibt ja kein leichtes Los in der Champions League, das ist es, so wie es letztendlich heißt, Champions spielen da gegeneinander und deswegen freuen wir uns auf die Herausforderung von Spiel zu Spiel, also Atletico natürlich auch mit, aber auch Salzburg, das bei uns nur mit dem Bus zu fahren ist, eineinhalb Stunden, deswegen freuen wir uns auf dieses Los. Ja, es ist einfach eine große Ehre und als ich die Mannschaft oder als ich bei Bayern München angefangen habe als Assistenztrainer, ist es nicht absehbar gewesen, deswegen bin ich natürlich wahnsinnig stolz, aber weiß natürlich auch, dass es viele gibt, die mich auf dem Weg begleitet haben. Mein ganzes Trainerteam hat mir wahnsinnig geholfen, auch mich unterstützt und deswegen gehört diese Trophäe auch Ihnen und da nochmal meinen herzlichen Dank.